Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Heute am, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, am vierten, dritten. Ja, wir haben schon März, die Zeit, die geht rum wie sonst was. Ich habe, wie ihr vielleicht gemerkt habt, letzte Woche nichts hochgeladen, weil ich, weiß nicht, ich bin, also ich hatte Frühschicht und ich mag das nicht so vormittags irgendwie aufzunehmen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, heute ist wieder Recording Time und ich habe auch nochmal in diese Lösung reingeguckt ein bisschen und habe mir jetzt noch ein bisschen was aufgeschrieben, was wir heute machen können, weil da ist nämlich jetzt noch ein bisschen was hinzugekommen, seitdem wir diesen Grappling Hook haben. Und das möchte ich dann jetzt zuerst machen und zwar können wir mit diesem Grappling Hook diese Wasserdinger kaputt machen. Moment, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Da ist die Feder. Dann gehen wir nämlich nochmal an den Anfangsstrand. In der Zeit trinke ich ein bisschen was von meinem Tea. Lecker. Ich habe irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, meine Liebe ist es jetzt nicht, aber ich sage, ich nenne es mal Liebe, zum schwarzen Tee entdeckt. Schön mit ein bisschen Zucker und Milch. Das ist schon was Feines. So. Und hier können wir angeblich, bis the Grappling Hook Das ist irgendwie mit dem kleinen Fischen, das ist irgendwie immer so eine Sache. Ich sammle mal hier mal noch ein paar auf. Kann man ja nie genug von haben, ne? So, dann haben wir hier noch einen. Da hinten war keiner mehr, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier waren noch, da war noch ein Löffel. Die möchte ich auch ganz gerne haben. Ich verstehe immer noch nicht, wofür dieses Ding da da ist. Hier ist nix. Hello, Mr. Birdie. Dankeschön. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Natürlich nicht, aber zum Glück tut uns das ja nix mehr abziehen. Was ist hier mit der Kiste? Können wir die aufmachen? Und da ist ne, ist das Lebens-Potion? Oder ist das was anderes? Zaubersaft. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir den brauchen. Aber wir haben ihn ja jetzt. Hoffentlich. Okay, den können wir immer noch nicht kaputt machen. Aber das hier. Löffel. Wofür auch immer. So, ähm. Dann möchte ich zur... Kohle. Dingsbums. Ich glaube, da fliegen wir einfach hin. Oder? Ja, komm. Fliegen wir hin. Ich weiß nicht, wofür wir den Löffel brauchen. Ich weiß so vieles nicht, wofür wir hier Sachen brauchen. Wo sind denn hier die... Ich bin doch bestimmt schon wieder daran vorbei, oder? Das hat sich schon wieder neu sortiert. Da sind sie. Ähm. Mine. Rohranlage. Ja, gehen wir zur Rohranlage. Weil da ist auch noch eine halbe Lebens... ...Energie. Die... Wo ich mir noch nicht sicher bin, ob wir die haben. Aber man kann sich wohl mit diesem... ...mit diesem Grappling-Hook an den Rohren festhalten. Wow, holy fuck. Das ist ganz schön ungewohnt. Ähm. Ja, da ist sie noch. Super. Das ist ganz schön ungewohnt, ohne... ohne diesen Fluganzug hier rumzulüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ende. Das ging ja fix. Nun. Ja. Speichern. Weil wir haben ja eine Aufgabe gemacht. Ich weiß immer noch nicht. Gibt es jetzt hier 120 Aufgaben? Oder 160? Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber wir werden auf jeden Fall erst mal die Vogelkleider aktivieren. Weil damit lässt es sich ein bisschen besser... Das ist nicht das, was ich wollte, oder? Ne, das ist das nur, warum... Ich wollte eigentlich die Eichhörnchen. Das Eichhörnchenkostüm haben. So. Ja, damit konnte man fliegen. Da war ja was. Wir könnten auch eigentlich... Eigentlich? Ne, ich glaube, das geht nicht. Ja, das... Ich kann mich nicht entscheiden. Hey, ihr seht doch alle... Ganz schön blöd seid ihr. Ja, guck mal, es funktioniert. Aber ich bin ja irgendwie falsch. Okay, ähm... Gut. Das passte... Ich habe eigentlich gedacht, dass das da wäre, aber das hat von der Perspektive nicht ganz gepasst. Wo war denn jetzt das... Der Gerät. Ja, ich möchte weiterspielen. Immer noch. Auch wenn das Spiel denkt, dass ich total blöd bin, weil ich hier nichts auf die Kette kriege diesmal. Oder muss ich doch hier unten lang? Was ist da noch weiter unten? Oder ist das... Ne, das ist ein anderes, oder? Okay. Also auf jeden Fall noch eins. Da kommen wir aber auch hin. Das ist, glaube ich, noch einfacher als... Das andere. Ne, Quatsch. Ne, doch hier lang, ja. So. Dass man hier nur nach unten springen kann, ne? Ne, falsche Richtung. Wir mussten nach unten. Hier hin. So, stirb. Ah, toll. Eieieiei, das haben wir aber noch. Noch gerettet hier. Gut. Dann hätten wir die auch. Dann, ähm, würde ich sagen, füllen wir gerade mal unsere Wassereimer auf. Einfach nur, damit wir wieder ein bisschen Wasser haben, weil die sind nämlich, habe ich eben gesehen, die sind beide leee, da oben ist auch... Ach, stimmt, hier gibt es auch, glaube ich, noch irgendwie so eine Glocke oder sowas. Kann man sich da dran festhalten? Ja, nice. Das habe ich nämlich auch gelesen. Eine Glocke gäbe es hier. Nee. Was? Moment. Dieses Zaubermeter, das macht irgendwie... Ich weiß nicht, was es genau tut, aber da ist irgendwie was vom Balken weggegangen, von der rechten Seite. Ach ja. Wenn das nicht alles so kompliziert wäre. Nein. So. Jetzt aber. Ah. Ich habe... Auch noch... Nicht festgestellt, sondern ich habe mir jetzt ausgesucht, was ich als nächstes let's playen werde. Also das nächste steht ja eigentlich schon fest, nur das danach. Ähm. Ach genau, der Eimer. Äh. Super. Jetzt weiß ich nicht genau... Nee, ich weiß schon... Ach Gott, ich bin hier wieder total durcheinander. Ähm. Manche Leute können vielleicht schon ahnen, um welches Spiel es sich handelt. So. Mehr verrate ich nicht. Also als nächstes, kann ich euch schon mal sagen, wollte ich, ähm, nochmal Tony Hawk's... Ah, Malcolm Wasteland spielen, aber nicht durch, sondern, ähm, die BMX Sachen konnte ich ja nicht zocken. Und jetzt habe ich mir aus den USA die Version bestellt und da müsste das, glaube ich, funktionieren. Hm. Weil die später rausgekommen ist und da haben sie es wohl gefixt. Habe ich so gelesen. Ich hoffe, dass es so ist. Aber auf jeden Fall, das wollte ich gerne fertig machen. Plus dann noch den, ähm... Den... Arcade-Modus, nenne ich den jetzt mal. Was ist das? Ach, das ist die Glocke. Hier, Tombi. Das ist die Bergwerksglocke. Da können wir bestimmt mit an den Ort zurückkommen. Man sagt, die Glocke bringt einen zurück dahin, wo man hergekommt. Herkommt. Wo man herkommt. Mit dieser Glocke landet man bestimmt wieder in der Bergwerksstadt. Jo. Sowas gab es ja auch im ersten Teil. Gut, dann hätten wir das. Ich tue das mal hier gerade. So. Ich habe hier nämlich aufgeschrieben, Wasserdinger kaputt machen. Äh... In the cold town, das Ding da öffnen. So, jetzt müssen wir zur Snow Ranch. Zur Snow Ranch. Wenn die so heißt. Ich habe mir Snow Ranch aufgeschrieben. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Und wir dürfen uns jetzt treffen lassen. Das muss man so machen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Ha. Scherz. So, können wir die schon aufmachen? Ah, guck mal. Eine... S-Rüssel-Platte. Schweine-Rüssel-Platte. Platte. Das ist vielleicht, dass wir da vorne in den Dach reinkommen. Das ist vielleicht, dass wir da vorne in den Dach 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 in